Das war Scheibchen gestern. Das war Scheibchen. Nur eins. Sieben eins wie Brasilien wäre. Man hat ein bisschen Respekt vor dem Gegner. Aber dann Spanien. Hast du gesehen? Ohne Iniesta praktisch. England ist auch nicht. Die Franzosen. Also normalerweise können wir das. Aber du hast zwei Gruppen. Ob es in Ali und ohne sind die anderen. Da kann es passieren. Endspiel. Italien gegen Erzgebirge. Man weiß es nicht. Aber der Gastgeber ist für mich. Hast du gesehen? Den ihren Trockbau? Was ist denn das für einer? Mit Kegelschuh wie auf der Eisbahn. Handstand überschlappt. Platzt auf den Ball, den verreißt und schweizert Trikot verrisse. So eine ferngesteuerte Luftpumpe. Mit den neuen Schuhen, weißt du? Nike Air Dogan. Einwandfrei. Ah ja, komm, das kannst du. Die französischen Trainer waren noch nie. Das ist das. Der Dominic war gekommen. Und der letzte, weißt du noch? Der Laurent Blanc, der Rassist. Da sind die Schwarzen im Bus hinten gesessen und die Frau gefahren. Und der jetzt, weißt du gar nicht, wenn er aufstellt. Der hat den Paet, der war gar nicht. Ah ja, komm. Die Selle de Louis de Vines, frisch. Als Trainer. All genug wäre er jetzt. Rassismus, wo da? Was? Nein. Also, Kerze gerade, Jungs. Das packe ich mir. Der Weg ist frei. Okay.